Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute könnt ihr euch mal wieder eine neue Aufladung für den Belebungskatalysator holen. Das Ding ist jetzt ein paar Wochen draußen und wenn ihr beispielsweise auf Twins noch keine Aufladung benutzt habt, oder aus welchen Gründen auch immer bei eurem Main, würdet ihr mit dieser Woche eine Aufladung überschreiben. Leider ist das Interface von Blizzard nicht allzu gut, sodass ihr eure Aufladung, die ihr noch habt, nicht einsehen könnt, aber dafür gibt es ein kleines Makro und das möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Nicht zu verwechseln, noch ist das Interface so, diese Aufladung, die hier angezeigt wird, zeigt nur, welche ihr theoretisch oder wie viele Aufladungen ihr theoretisch benötigt, um ein Item umzuwandeln. Es zeigt nicht an, wie viele ihr tatsächlich zur Verfügung habt. Also das ist ein bisschen doof gemacht, theoretisch, solange ihr eine Aufladung habt, da ist es egal, ob eine, fünf, sechs, zwei, hier steht immer eine Eins, weil ihr zum Umwandeln eines Items immer eine solche Aufladung braucht. Ist nicht toll, aber was willst du machen? Dementsprechend gibt es dafür ein ganz nettes Makro, wodurch ihr diesen ganzen Quatsch ein bisschen umgehen könnt. Das poste ich euch einmal in die Kommentare, aber ich gebe das jetzt mal hier unten in den Chat ein, dann kann man das schon mal sehen, es ist leider ziemlich lang. Letzten Endes, was das macht, es zeigt euch im Chat an, wie viele Aufladungen ihr habt. Das Ganze funktioniert auch mit dem deutschen Client, auch wenn der Befehl englisch ist. Und ihr bekommt immer angezeigt, wie viele Aufladungen ihr genau bei diesem Char jetzt parat habt. Ihr könnt das Ding einmal so eingeben, dann seht ihr, you have two Catalyst Charges available. Also ich habe noch zwei Aufladungen. Das Ganze lässt sich natürlich auch, wenn man will, in ein Makro packen. Ich mache jetzt einfach ein Scatterlist, knall den Befehl da rein, speichere das Ding ab, dann ziehe ich es mir auf welche Leiste auch immer und dann kann ich F5 drücken und sehe, okay, ich habe zwei Katalysator-Aufladungen verfügbar, um zu zeigen, dass das Teil auch wirklich funktioniert. Ich habe jetzt eh nichts, was ich ehrlich gesagt groß umwandeln möchte, entsprechend nehmen wir jetzt einfach mal den Umhang, weil da sind die Stats okay, wenn ich es umwandle, sagen wir es mal so. Zack, wir knallen dieses Tuch da raus und dann bekomme ich das Tuch des wandelnden Berges raus. Also das, was ich haben wollte. Jetzt drücken wir nochmal das Makro, F5 und sehen, you have one Catalyst Charge available. Also, es funktioniert perfekt. Wenn ihr aktuell dann eben in dieser Zwickmühle seid, dass ihr eine Aufladung verlieren würdet, sprich, ihr loggt euch heute ein, habt sechs Aufladungen und ihr habt die Quest noch nicht abgegeben, dann stehen euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Nummer eins, ihr wartet mit dem Abgeben der Quest eben so lange, bis ihr eine Aufladung für was Sinnvolles, möchte ich es jetzt mal nennen, ausgegeben habt oder ihr macht das, was ich jetzt gemacht habe. Gut, ich war nicht am Maximum der Aufladung, aber ich hatte jetzt auch nichts zum Umwandeln wirklich und mir ist es auch ehrlich gesagt gerade egal. Ihr gebt die Dinge aus für Transmog-Teile. Das mache ich jetzt zum Beispiel auch mit meinem Main. Da habe ich inzwischen so viele von diesen Aufladungen, ich glaube fünf Stück, vier, vier oder fünf Stück müssten es sein, ich glaube sogar fünf. Ich habe nur in der ersten ID was umgewandelt. Ich brauche die Dinge einfach nicht mehr. Stattdessen ist es halt eine gute Möglichkeit, wenn man die benötigten Items hat, sich auf diese Art und Weise das Set zu holen, also diesen Look zu vervollständigen, der hier drin ist. Ab 402 haben die Teile Heroisches Aussehen, ab 415 mythisch und ab 389 müsste es normal sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das sieht richtig aus. Ja, so könnt ihr die Sachen wenigstens noch sinnvoll nutzen, anstelle sie zu verblasen. Damit danke an euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Lasst dir gerne ein Like und ein Abo da, falls ja. Und bis dahin, bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.